ja hallo und herzlich willkommen meine lieben anime fans zu einem weiteren ausführlichen anime unboxing video hier auf meinem kleinen youtube kanal und heute geht es um data life die vierte staffel das erste volume ich habe lange zeit keine unboxings mehr gemacht über ein jahr denke ich mal müsste es der weile sein deswegen habt etwas nachsicht wenn ich hier ein bisschen mal hin und her harder was ich noch sagen möchte bevor ich jetzt auf irgendwelche anderen fakten eingehe im unboxing das ich jetzt schon gedreht habe ist mir im nachhinein also quasi jetzt bei der recherche zu den daten aufgefallen dass es einen kleinen faux pas gab bei der bedruckung dieses pub dummies also in diesem sammelschuber befindet sich also ein pub dummy damit das future pack da nicht umher klappert und da sind noch alte daten aufgedruckt zu dem volume 2 und volume 3 man hat logischerweise jetzt nicht die komplette auflage zurückgerufen nur um die pappen anders zu bedrucken deswegen spreche ich das hier jetzt mal an der stelle an und zwar das volume 2 der vierten staffel wird am 2 juni rauskommen und das dritte volume kommt am 23 juni raus um das hier mal klar zu stellen weil falls ich dann ja nicht falls ich hab was anderes gesagt im unboxing part deswegen seid mir nicht böse deshalb und die nötigen informationen sind hier eingeblendet wir haben wieder ein future pack ein schuber und eine wunderschöne acryl figur und was ich dazu zu sagen habe das hören wir uns und sehen uns das natürlich auch gemeinsam im unboxing part an also bleibt dran bis gleich ja und los geht es nun mit dem unboxing zu datelive staffel 4 dem ersten volume und ihr seht schon ich habe das ganze ausgepackt um euch das zu ersparen wenn ich hier mit folie umher mache das finde ich nicht zielführend wir haben hier auf der linken seite das future pack mit dem card schuber in der mitte etwas hier verschandelt durch meinen scheinwerfer so kann man es besser kennen den sammelschuber und hier auf der rechten seite das datenblatt und etwas out of space hier dann die acryl figur das hier nur so zur groben übersicht und als erstes möchte ich an der stelle nach einem kurzen cut natürlich mit dem datenblatt weitermachen ja und wie bereits eben angesprochen machen wir an der stelle nun weiter mit dem datenblatt damit ich es hinter mir habe und nicht vergesse ja ihr wisst ich vergesse das manchmal und muss dann das video noch mal umschneiden ja lange rede kurzer sind das ist die rückansicht des datenblattes wir haben hier wieder so ein obligatorisches l wenn ich das mal hier so hin baue ja und das ist natürlich ohne irgendwelche klebepads lose um den schuber herum geschlungen wir haben hier wie gesagt die rückseite mit den üblichen angaben ihr könnt gerne das video an entsprechender stelle pausieren euch dinge durchlesen wenn euch was ganz besonders interessiert wir haben hier zum beispiel eine grobe übersicht über das was wir uns natürlich gemeinsam in diesem video noch anschauen werden nämlich die extras und so weiter und dann hier ein paar sceneshots obligatorisch ganz klein gehalten auf der unteren seite das ist immer so ein bisschen trickreich schon wieder verkehrt ich lerne es einfach nicht auf der rückseite oder boden wie ihr es nennen wollt sind dann die technischen angaben und auch die episoden mit den einzelnen titeln die hier enthalten sind und noch mal eine übersicht über die gimmicks und so weiter accryl figur und so weiter und so fort gerne video pausieren durchlesen wenn euch was besonders interessiert und dann haben wir hier noch den er endcode ich hoffe ja so kann man es gut lesen wir haben hier auf der vorderen seite hier diesen kleinen viertel teil dann nicht spektakulär ist nur diese angaben und eine oberseite gibt es in dem falle dann nicht so das wärs zum datenblatt und nach einem kurzen cut schauen wir uns natürlich gemeinsam als nächstes den sammelschuber an ja und gesagt getan geht es an der stelle weiter mit dem sammelschuber mit ihr nicht erblinde tue ich den jetzt erstmal schräg hier hin tun so und jetzt erzähle ich euch noch ein paar takte ja also ganz klar gewohnte animon publishing qualität erwartet euch hier wir haben hier selbstverständlich dann diesen dummy noch mit dabei dazu kommen wir an späterer stelle ich habe hier das future pack jetzt nicht rein getan weil sonst würde das hier ständig umher klappern wenn ich mit dem schuber zugange bin ich tue das auch mal weg sonst macht das hier unnötig geräusche ihr seht schon dass ja offensichtlich der schuber ist im hochglanz design gehalten ich finde das motiv sehr ansprechend und bevor ich vergesse hochglanz stichwort sehr sehr fingerabdruck empfindlich kratz empfindlich und was auch immer was mir jetzt ein bisschen merkwürdig aufgefallen ist ihr seht es vielleicht ich muss dazu betonen ich habe hier drei flutscheinwerfer also bitte nehmt das jetzt nicht aufs kleinste prozent hier aufs korn aber ihr seht es vielleicht hier ist so das sieht wirklich wirklich richtig schlimm aus aber glaubt es mir wenn ihr es unter normalem zimmerlicht euch anschaut wird euch das so gut wie nicht ins auge springen haben wir hier wie so eine art falz drin das sieht aus wie als wenn hier eine huckel wäre das ding ist aber glatt wirklich all glatt ihr seht es hier ist nichts keine unebenheit oder irgendwas das ist nur optisch etwas weiß ich nicht es sieht unschicklich aus es ist auch kein kratzer oder so oder irgendwelche übergänge das ist wirklich ich quatsch schon wieder viel zu viel ich gehe mal ganz nah ran dann könnt ihr sehen es ist wirklich keine unebenheit kein kratzer oder so ich weiß nicht wie das zustande kommt vielleicht kann animon publishing dazu was sagen es ist nur mehr so weiß es nicht ist mir aufgefallen unter den scheinwerfern dass das dann so einen effekt erzielt merkwürdig ich finde es etwas befremdlich aber die qualität ist ansonsten hier wirklich auf höchstem niveau satte kräftige farben ein sehr schön ausgewähltes motiv auch detailliert das kann man bei den kleinen haaren dann immer erkennen an entsprechenden stellen und ich finde es kann sich definitiv sehen lassen nur das hat mich etwas nervös gemacht also ich habe auch erst gedacht um gottes willen hier von innen wenn ich hier lang fahre es ist alles glatt also das ist rein optischer natur ich ziehe das video schon wieder viel zu lang auf der unteren seite ist es dann hier leider alles schön schwarz gehalten auf der oberseite dann die schriftzeichen ihr könnt es vielleicht erkennen in meinem kamera display ist es für mich die hölle hier steht irgendwo data live ihr könnt ja mal suchen ganz klein reingeschrieben wie gesagt im display der kamera ist es für mich so gut wie unsichtbar wir haben dann vom spine her auch nichts spektakuläres auch wieder das typische date live mit den kleinen logos und ja ich habe es tausend mal schon erwähnt liebes animon publishing team ja macht doch einfach mal ein artwork hinten drauf ich bin mir jetzt nicht mehr sicher ihr könnt mich gerne in den kommentaren korrigieren aber ich bin der meinung bei den anderen volumes war das genauso ich nenne es mal einfach gehalten da wurde wirklich potenzial verschenkt und ich möchte jetzt nicht weiter drauf rum reiten es ändert jetzt nichts an der tatsache ich möchte es ganz einfach nur hier angesprochen haben ihr habt es eben schon gesehen von der aufmachung her ist das auch wieder hier nach innen rein geklebt und das ist wirklich ein sehr solider stabiler schuber ich muss wirklich das sieht jetzt nicht danach aus aber ich wende hier richtig kraft auf um das ding zu verformen also es ist nichts wappeliges hier das steht wie eine 1 das ist nicht irgendwie billig pappe ist schon relativ dicker karton und möchte damit zum ausdruck bringen von der verarbeitung her ist das auf jeden fall top ja nun kommen wir noch ganz kurz und spektakulär zu dem dami der hier dann so rein geschoben ist habe ich getroffen genau ja und wir haben wir haben dann hier oben dann exemplarisch das future pack drin und den vermerk auf volume 2 und 3 das ist dann natürlich wieder die obligatorische werbefläche so sieht das ganze dann aus wir gehen mal hier näher ran da seht ihr schon ja ich muss langsam hat das zweite volume stellen ich bin etwas verspätet dran hier haben wir dann noch die werbung für das dritte volume so ein teaser wie das aussehen wird und ja kommt ja pappe halt ich weiß nicht was ich damit machen soll die anderen pappdinger die habe ich irgendwo rumliegen ist es schade es sieht doch durchaus schick aus aber ja ist halt nur eine werbefläche und soll natürlich dafür sein wenn dieses future pack hier drin ist das alles verschweißt ist dass das hier nicht die ganze zeit hoch und runter knallt das ist eine nette idee und somit hat man das noch mal etwas schicklich bedruckt und ich möchte es jetzt hier nicht weiter übertreiben das wäre es zu dem schuber an der stelle und den tue ich jetzt zur seite so und nach einem kurzen cut man sieht es nicht ja nach einem kurzen cut geht es dann weiter an der stelle mit dem future pack ja und wie bereits angesprochen kommen wir nun erstmal hier ich habe hier fusseln drauf ja gut kommen wir nun zum future pack selbst das kommt selbstverständlich wieder in dem obligatorischen o card schuber daher ihr seht schon deutlich was sich hier verändert also was die bedruckung ist wir haben natürlich das macht jetzt wenig sinn wenn ich das jetzt hier raus schiebe sieht ihr fast nichts mehr na gut doch hier date alive und die schriftzeichen animon publishing et cetera logos auf der rückseite ist das ganze hier komplett glasklar gehalten da ist nichts weiter drauf wir haben hier auf den seiten wenn ihr es eben schon gesehen habt und ich da hier umher mache dann das ganze in weiß gehalten und dann steht hier wieder date live drauf auf der gegenseite haben wir dasselbe spiel volume 1 und dann die schriftzeichen wieder und nun befreie ich das ganze mal hier vom schuber ihr müsst auch hier wieder aufpassen das ding ist extremst empfindlich gegen alles mögliche was sich im raum befindet ja und nun geht es weiter mit dem hochglanz future pack ihr seht es schon mein scheinwerfer ist hier total am ausrasten es ist ein wirklich sehr schön gestaltetes future pack und das reiht sich nahtlos in die qualität ein von den future packs die bereits schon von date live erschienen sind und ja lange rede kurzer sinn wir gehen hier ganz nah ran und da könnt ihr sehen dass auch hier wieder die bedruckung wirklich satte kräftige farben aufweist wunderschöne feine kleine details ich überlasse es euch an welchen stellen ihr das jetzt ausmacht für mich ist es immer ein guter indikator wenn man sich kleine haare anschaut oder schriftzeichen je nachdem was da auf dem motiv immer geboten ist da kann man deutlich erkennen wie hoch der detailgrad ist ich finde es sehr gelungen und kann ich absolut nicht meckern es geht hier so teilweise mit über auf den boden auf die unterseite und hier auf der oberen seite ist dann halt alles schneeweiß hier haben wir verkehrt rum dann wieder einen teil des motivs hier mit übergehend und dann hier in schriftzeichen dann den vermerk auf volume 1 bla bla ihr könnt es wahrscheinlich wie gesagt wieder erkennen ich nicht ist zu weit weg ja auf der rückseite ja das alte trauerspiel ich habe es ja schon mehrfach denke ich erwähnt in anderen videos deswegen schlachte ich das jetzt hier nicht wieder aus auch hier hat man leider wieder potenzial verschenkt meiner meinung nach und man hätte definitiv hier wieder ein wunderschönes motiv drauf drücken können mit derselben qualität das wäre richtig cool gekommen und wenn wir das ganze aufmachen sieht es so aus wir haben natürlich ein durchgehendes design das schauen wir uns gleich an jetzt geht es erst einmal an der stelle weiter mit der blu-ray disk die dasselbe design hat wie ihr unschwer erkennen könnt mit der frontseite des future packs und ich kriegs ja ja vorfülleffekt jetzt jetzt ich hasse diesen druckpunkt das sind diese widerlichen plastik dinger hier ich habe immer das gefühl entweder spreche die ab oder ich biege die disk so rum wie es sieht unnatürlich aus ja das ist der innen druck der geht natürlich durch beide teile des future packs hindurch ein spain gibt es logischerweise beim future pack nicht das muss ich ja nicht großartig weiter jetzt erwähnen wir haben hier die üblichen plastik noobsies dazu komme ich an andere stelle noch einmal der innen druck wird hier etwas gelblich dargestellt und wird ja so ein klein wenig vermilchfarben gibt es das wort überhaupt also es wird etwas getrübt es wird etwas milchig durch dieses plastik zeugs hier das ist ja ganz einfach so und ihr seht dann auch hier wieder die scharniere wie das future pack aufgebaut ist hier glücklicherweise auch wie bei den anderen volumes immer in klarsicht gehalten also sieht nicht irgendwie schrullig aus das ist wirklich sehr unscheinbar und das wird dann nicht von dem motiv irgendwie also das stürzt sich beides nicht gegeneinander ja von der qualität muss ich sagen finde ich den druck sehr gelungen ich gehe mal ganz nah ran und ihr könnt euch da selber ein bild von machen ich finde es wirklich sehr schick schade dass das ganze hier nicht etwas ja gut dann wäre es hier genau im mittelteil gewesen vielleicht eine andere szene wo das rechte inlay dann noch mehr ja motiv zu bieten gehabt hätte aber ist halt leider nicht so es ist eben das motiv geworden ich finde es trotzdem eigentlich ganz ansprechend und apropos plastik noobsies wir kommen natürlich ich muss die blu-ray wieder rein tun wir kommen natürlich gleich zu der acrylfigur und ja an der stelle ich vergesse es bestimmt danach deswegen die acrylfigur ist übrigens eingepackt und nicht zusammengebaut ist hier drinnen in diese plastik noobsies eingeschoben mit einer folie die wieder verschließbar ist also ihr braucht da keine sorgen haben ihr könnt das wieder auseinander bauen das mache ich an der stelle mal ganz kurz vor für effekt so und dann wird das hier übereinander getan und dann passt das hier einwandfrei wieder rein also ihr müsst keine sorge haben dass hier irgendwas in dem schuber umher fliegt ich habe jetzt erst mal nach dem take kurz viel spaß um die figur wieder zusammen zu fummeln und da würde ich sagen sind wir an der stelle durch mit dem future pack und ja wenn ich das wieder zusammengebaut habe nach einem kurzen cut kommen wir zur acrylfigur ja und den abschluss machen wir nun mit dem unboxing video mit der eben bereits schon angekündigten acrylfigur ich habe sie wieder unfallfrei zusammengebaut ich muss es ich erwähne es trotzdem einfach egal es ist immer wieder dasselbe spiel wir haben hier auf der frontseite auf der rückseite sowie den sockel oben und unten eine schutzfolie drauf da müsst ihr höllisch aufpassen dass ihr das nicht zu sehr zerkratzt nur wirklich an den rändern ein bisschen fummeln dann lässt sich das einwandfrei entfernen ich halte jetzt mal hier die hand dazwischen damit ihr es besser erkennen könnt das ist natürlich acryl klar sehr glänzend ich finde den druck auch hier wieder typisch animo publishing wie auch bei den anderen figuren sehr gelungen das motiv gefällt mir die nette dame hier ich habe das volume mir noch nicht angeguckt wir haben auch hier ich hoffe man kann es gut erkennen den sockel mit date alive 4 auf der rückseite spiegel verkehrt hier alles schneeweiß habe ich vielleicht bei anderen unboxings erwähnt hätte man vielleicht hier hinten auch bedrucken können damit es ja sieht es dann halt so aus oder so also ich finde es jetzt nicht tragisch ich wollte es halt nur mal kurz am rande erwähnt haben ansonsten steht wie eine eins einwandfrei nicht irgendwie wabbelig oder so ist sehr robust das ganze und ein wirklich schickes wunderbares gimmick ich muss langsam mal platz machen im regal die ganzen acrylfiguren ich weiß langsam nicht mehr wohin damit so da wären wir mit der acrylfigur durch und kleinen moment ich tue das hier kurz zusammen puzzeln ich hoffe ich verunfalle hier nichts so das war es dann zum unboxing part ich tue noch mal ganz kurz hier die sachen ja so ja es passt so gerade so ins bild rein das war es von meiner seite aus zum unboxing part und ich möchte euch bitten noch bis zum auto dran zu bleiben denn das kommt nämlich jetzt ja ihr lieben und somit wären wir dann auch wieder durch mit diesem unboxing video und ich hoffe ich habe nichts vergessen mich würde an der stelle natürlich wie immer ja eure meinung interessieren schreibt es mir gerne in die kommentare wie findet ihr die edition was haltet ihr von der serie gefällt euch die neue staffel ja kennt ihr den anime überhaupt habt ihr den im simulcast geguckt oder 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 gibt mir bitte ordentlich feedback dazu ich freue mich über jeden kommentar sofern er konstruktiv und fair ist selbstverständlich und vergesst auch bitte nicht auf meiner anime playlist vorbeizuschauen falls ihr euch für weitere anime unboxings auf meinem youtube kanal interessieren solltet und ja wie gesagt den kanal abonnieren das glöckchen dabei nicht vergessen zu drücken damit ihr auch in zukunft kein weiteres video mehr von mir hier auf youtube verpasst und ich wünsche euch wie gehabt einen wunderschönen tag oder abend je nachdem wann ihr mein kleines video hier angeklickt habt macht's gut euer movie fan 1982 ist raus aus dem video ciao ciao